gut völlig schön was fällt das war klar ich kann immer synchronisieren wenn er wiederkommt das brachte jetzt einen punkt gott instant der spikes und hier wieder hallo das ist nicht so ohne den auszuweichen ich habe auch ein bisschen ich habe ein bisschen slowdown wenn ich ich dachte das ding kommt bis hierher ich hasse solche plattformen wo starte ich von vorne ich dachte auch dass bei jedem screenwechsel eigentlich ein safepunkt ist ja eben das war schon eine menge jetzt moment starte ich dann ich starte von der score auch wieder von vorne ja ich habe jetzt da oben gerade wieder die minzen bekommen gut dann weiß ich bescheid dann nämlich wenn ich noch mal sterbe die münzen einfach nicht da oben und habe dann hier unten irgendwann die münzen zusammen wenn ich eher brauchen würde was hat denn das war links du wolltest mein daumen zu langsam daumen der langsamkeit das ist nicht schwer eigentlich dann sterbe ich bei der plattform das ist jetzt aber ja 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 wo soll ich da jetzt noch mal hin das ist ja sau ätzend okay also die münzen oben nicht nehmen aber das schöne ist ja dass du nicht aufgespießt werden kannst während du nun ja ja ich weiß was du meinst du hast halt invincible frames das ist ganz nett das stimmt ich mag die situations komisch so das hat siehst du das hat jetzt na tatsächlich super was gebracht das ist cool das ist die frage weil ich mir sehr große chancen ausmale dass ich den level jetzt schaffe wie viele punkte du dann hast wenn du nochmal den level hier starten musst ob das dann auch so gut passt ich hab eigentlich drauf geachtet ja doch klar wir sammeln ja es gibt ja manche spiele die dann bei sowas wenn du so ein continue master auf null wieder runter gehen so aber ich glaube nicht wäre eben wesentlich sinnvoller gewesen hätte ich es so gemacht ein bisschen weniger panik ein bisschen mehr bedachtheit gibt's das wort panik ja gut okay jetzt ist die situation noch langsam wieder hütje 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 habe ich vergessen hütje ich bin froh dass es noch nicht so weit ist, dass du beim Abstürzen schon... Genau sowas, meine ich. Einfach laufen. Äh, was? Alter, du Stück... Alter, du Stück. Ich wusste, dass sowas kommt. Äh... Nein! Fucking hell! Scheißdreck! Oh! War aber knapp. Scheiße! Ich hab noch zu mir selbst so den Kopf gesagt. Okay, ganz kurze Sprünge. Okay, du startest mit dem selben Punkt. Also, du machst genauso. Hol die Münzen oben nicht mit. Mhm. Oh. Balalalalalala. Du bist da hier. Okay. Den hab ich noch nicht durchgeblickt, wie man die am besten platt macht, ohne getroffen zu werden. Das ist echt nicht so ohne. Du musst halt wegstehen von ihm. Ja. Jetzt hast du volles? Jawohl. Ich merk grad, dass man den Sound-Effekt im Spiel gar nicht hören wird, weil der kommt auf den, äh, Controller. So warst du. Das war ein tolles Geräusch. Okay. Also, nach dem Fallen kann man nur noch einmal springen, ja? Mhm. Gut zu wissen. Na gut. Ich krieg doch Sinn, ne? Ja, total. Du kommst da auf dem Boden. Alter, what the fuck? Geht mit deinem Körper ab. Das sind beabsichtete Geräusche. Geräusche? Weil, ich meine, das Mikro ist relativ nah am Konflikt. Ja, stimmt. Bisschen höher von dem Griff. Äh? Äh. Danke, Spiele. Du bist echt nett. Also, die aber über mich lachen. Ich bin noch nicht gestorben. Ja, und? Ich bin noch weiter als du gewesen. Was ist eigentlich Gebäckstänkchen? Oh, jetzt hab ich Hunger auf Gebäckstänkchen. Berühmte Gebäckstänkchen. Wie oft kam das jetzt? Äh, du hast Gebäckstänkchen? Das war's. Also, du bist durch. Gut. So, denk hier an die Dinger, die unten fallen. Die unten fallen? Ja. Nein. Ich bin gehupft. Du bist gehupft. Du bist gehupft. Oh Gott. Ja, aber null Leben. Ja, und? Gib dir keinen Boss. Da, Achtung. Die Dinger von oben, ne? Welche? Achtung, da kommt einer durch, durch Lägel. Genau. So, nun. Zeig mal einen von deiner ganz zarten Sorte hier. Ich mein, theoretisch könntest du wie im ersten Level einfach diese Zwischensprünge machen. Genau. Oh, sehr gut. Oh nein. Kann man nach rechts gucken? Dasselbe wie vorher. Oh Gott. Nein! Oh, fuck. 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 Dieser Level ist abartig. Go, go, go. Er ist schon Level 5 von 16. Ich mein, das darfst du nicht vergessen. Ich mein, auch hier ist irgendwo wieder so ein bisschen Lerneffekt. Man merkt den nur nicht. Hättet ihr, hättet ihr, siehste? Habe ich absichtlich gemacht, damit das hier was bringt. Finde ich gut sowas. Mann, das gibt's doch gar nicht. Das ist zum Kratzen. Ja, hallo? Du musst näher dran, dann wieder schießt. Ne mehr. Schon wieder so viel Leben verloren. Ey, diese Plattform macht mich irre. Das ist auch nur die erste, die anderen sind nicht so schlimm. Gebäckstänkchen. Gebäckplattformstänkchen. Ui, das hier war... Das hier war vor, da gab es einen Multiplayer. Das wäre schrecklich. Ja, schon. So, jetzt... Oh, shit, mein Hirn. Wo bin ich jetzt? Soviel zum Lernenprozess. Ah, okay, hier bin ich. Okay, gut. Du machst das bisher gut. Du hast ja noch kein Leben verloren. Das ist eigentlich super easy. Nur der letzte Sprung sieht aus, als wäre er größer. Und dann hat man so das Bedürfnis, einfach länger auf den Sprungtasten zu drücken. Boah, du bist ja... Shit. Nee, du bist kein Schiff. Oh, come on, ey. Kein Platz hier. Einfach laufen. Ja, ja, ich will nur den aus dem Weg haben. Falls du jetzt noch irgendeinen Arsch... Scheiße. Super. 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 Oh. Alter, das muss jetzt gewesen sein. Aber da kommt jetzt noch eine übel große Schlucht, wo du nur mit einem perfekten Teil... Du dummes... Du dummes Schenkel. Na gut, das ist aber... Ah, Tür. Danke. Alter. Ich verneige mich in Erfurt. Nicht in Erfurt. In Erfurt. Ich verneige mich in Erfurt. Da riecht es so schön. Ich glaube, wenn man auf ein falsches Glas schreckt. Das Glas ist aus Blech. Mhm. Erfurt auch. Cool, du rennst außerhalb des Bildes. Yay. Secret Stash. Mustache. Okay. Wer kam eigentlich auf die Idee, die Münzen Koban zu nennen? Hör auf, nebendran noch Final Fantasy Frontier Fighter zu spielen. Wie heißt das? High Abbey Heroes? Genau. Das tue ich nicht. Das ist ein schönes Spiel. Kostenlos. Macht durchdick. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du bist sehr anfällig für sowas. Okay. Ach nein, mir kam gerade was. Das ist ja jetzt der Boss Level schon wieder. Ja. Aber ohne geht mir ein bisschen. Ja. Quält mir. Quält mir. Quält mir. Ui, die sind aber. Wolltest du nicht treffen. Doch schon, aber du hast zu früh geschossen. Hast dir das mal einen Prusenturm. Ich habe gesehen, bin ich nicht. Ich bin ein toller. Ich bin ein toller. Ninja-Rist. Bist mein Vater? Ninja-Rist. Keine Ahnung, warum war da so heiß? Okay. Das macht irgendwie die. Schön, dass du auf dem Boden stehst, dass es dich gibt. Ninja-Rist-Mann. Ninja-Rist-Mann habe ich nicht gesagt. Oh, ja. Oh Gott. Jetzt weiß ich auch wieder, warum wir irgendwann aufgehört haben, LPs zu machen. So schön. Boah, du. Kikern. Das ist gut gewesen. Danke. Alter, ich dachte, das wäre jetzt, sagen wir mal, Feierabend hier. So, Bossraum. Immer noch kein Bossraum. Es sind nur noch drei Münzen. Und ich habe drei ausgelassen. Und noch ein. Ich habe kein Leben verloren bisher. Du hast nicht mal Energie verloren. Sehr geil. Du hast noch 40 Sekunden. Oh, nee. Was? Nicht dran laufen. Ähm. Betrieb. Besuch. Was seid ihr? Warum seid ihr? Ich weiß nicht mal, ob das hier sinnvoller ist. Du hast eben so schnell getroffen. Ich denke mal, wenn das Ding kaputt ist, ist es sowieso Feierabend. Von daher. Ich sehe nicht so gut. Danke. Ich sehe nicht so gut. Ich mag die Ruhe. Ich mag die Ruhe. Die Ruhe? Also du ein Schiss? Egal. Sehr gut. Du hast ja noch sechs Sekunden. Du hast ja noch sechs Sekunden. Du hast noch ein Leben. Alter. Bist du jetzt in die Tür gegangen? Nein. Warum? Ey, Moment. Wieso habe ich den Controller? Der geht doch nur weiter, wenn du stirbst. Nächste Stage. Du wirst mir, nachdem du traveröhrst, den Boss besiegt, hast du auch direkt den Kontrollen. Ja, aber ich darf das. Achso. Was bist du denn? Du bist ja eine Frau. Nein. Das kennt das Schnubi nicht. Was macht die Frau denn hier in den Bergen? Okay, die sind sehr penetrant, um nicht zu sagen, Mann. Hm? Das funktioniert nicht. Achso. 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 Kommt jetzt nochmal? Gut. Die sind sehr penetrant. Trant, um nicht zu sagen, Mann. Ja. Ach komm, ich habe da schon voll... So. Spritzt da Blut? Da spritzt der Blut? Ey, da fucken. Die sind sauschwer. Das hätte ich jetzt nicht zu einer Frau gesagt. Die sind richtig... Ne. Ach ja, komm. Hier. und wenn es nicht... Diese Stance ist Professor si Brüggen, Zu meiner Birne Möglichkeit überhaupt nicht rumfragen? Gtial! Jetzt clean das nicht...